Was darf zu jedem guten Marteisemarkt natürlich auch nicht fehlen? Richtig, der Marteisemarkt-Lauf. Und trotz des etwas regnerischen und kühlen Wetters haben sich jedoch sehr, sehr viele eingefunden, die da auch gerne dabei sein würden. Auf die Plätze! Ich stehe hier jetzt mit vier Teilnehmern, die gleich beim Hauptlauf mitlaufen werden. Und ja, wo kommt ihr denn her? Aus Weinheim, von den Buenema Runners. Okay, das heißt, ihr macht das Ganze auch als Hobby außerhalb dieses Laufes? Ja, das Ganze ja über wird trainiert, zweimal die Woche. Und dann nehmen wir an den Läufen vom Bergstraßen Cup teil. Euer wievielter Lauf ist das? Also wir machen eigentlich regelmäßig bei den Läufen so hauptsächlich vom Bergstraßen Cup mit. Für mich ist es jetzt das erste Mal, dass ich hier renne. Ich glaube, die anderen sind schon öfter mitgerannt. Ich weiß nicht, für die anderen. Und was erhofft ihr euch jetzt gleich von dem Lauf? Ja, hauptsächlich Spaß natürlich. Danke! Ich habe jetzt auch ein paar Feuerwehrleute gefunden, die gleich mitlaufen. Und ich habe mitgekriegt, ihr lauft mit voller Montur mit. Warum tut ihr euch das an? Ja, wir machen das frei nach dem Gedanken. Fit for Firefighting. Und wollen somit unsere Fitness, die wir im Alltag und auch im Feuerwehrdienst haben, hier ein bisschen unter Beweis stellen. Öffentlichkeitsarbeit. Tue Gutes und rede darüber. Und das ist ja eine tolle Plattform am Matthaisemarkt. Das ist der Gedanke dahinter. Ja, schön, ja. Ja, schön, ja. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020